Hallo, mein Name ist Alex, ich bin ein DevOps-Ingenieur, ich komme aus Russland. Ich bin Christoph, ich bin Head of Data Science bei New Yorker. Mein Name ist Toa Van Drammen-Erassoa, ich bin ein Staff Data Scientist in New Yorker. Mein Name ist Alexi Schabanov, ich arbeite seit 7 Monaten in New Yorker. Hallo, ich bin der Philipp, ich bin ursprünglich aus Österreich. Mein Name ist Pedro, ich bin seit etwas über 4 Jahren bei New Yorker inzwischen. Meine Aufgaben sind vielfältig, ich arbeite hauptsächlich als Architekt. Meine Aufgabe ist vielfältig, was ich beschäftigt mit Architektu. Mein Tasks sind eigentlich ziemlich varied. Ich meine, was ich arbeite currently an, ist die Distribution, also wie man optimise, welche Items wir senden, zu welchen Store. Mein Tasks ist mostly related to building ein Computer Vision Modell, das könnte similar embeddings, similar Vectors, für similar Fashion Items. Die Firma wirklich hört sich an Feedback, in der Team, und hat verbessert die Arbeitsgemeinschaft. Hier haben wir keine zusätzlichen Pressure. Zum Beispiel können wir unseren Job in einer mehr oder weniger relaxten Art machen, und ich mag es. Es ist eine Firma, die sehr stark vertikal integriert. Es ist dadurch sehr spannend, weil wenn man da was erreichen kann, dann dreht man die Firma wirklich fundamental zum Besseren. Und das, was ich wahrscheinlich am meisten mag, ist, dass ich wirklich den Impacten mache, die Produkte, die ich benutze. Die andere Sache, die wirklich großartig ist, ist, dass ich viel Flexibilität in wie ich arbeite. Es ist ziemlich international. Wir haben Team-Mates von rundherum der Welt. Ich denke, ich würde sagen, die Atmosphäre ist ziemlich kollegiate. Also, ich denke, egal von Ihrem Titel, ich denke, dass Ihr Opinion sehr wert ist. Wir sind alle offen und sind alle motiviert und alle wollen, dass das gesamte Team weiterkommt. Das ist für mich das Ausschlaggebende. Also, wo man sich umeinander kümmert und wo man eben nicht nur am Nebentisch sitzt, sondern auch den Mensch sieht bei den Mann. Es ist wirklich großartig, zu haben, wirklich kinder, nice Kollegen, die man viel lernen kann. Und jeder ist bereit, aus dem Weg zu helfen, um sich zu helfen. Das Wichtigste ist, dass man offen ist für neue Aufgaben und dass man ein gewisses Stück Selbstständigkeit mitbringt. Und hier ist etwas, was für mich unheimlich wichtig ist, die Bereitschaft, Neues zu lernen, sich auf Neues einzulassen. Es ist wichtig, dass man ein klares Denken hat, dass man mit Komplexität umgehen kann. Persönlich würde ich sagen, Menschen, die eigentlich Freude haben, Dinge zu teilen und zu kommunizieren. Wir wirklich Freude an Gestaltung haben und an größeren Projekten und da keine Angst davor haben, das sind die richtigen Leute für uns.